Wir haben Sonntag, den 25.03.2018, es ist 5.25 Uhr, aber ich fühle mich wie 4.25 Uhr, ja? Und mein YouTube-Kanal BurnerTV hat 1054 Abonnenten und 184.600, sorry, so, ja? Und ja, liebe Leute, mal wieder, mal wieder hier eine normale Folge BurnerTV. Die letzten Tage war es ein bisschen schwierig hier, nicht so viel Zeit, ja, ein bisschen mit Handy hin und her gemacht. Gestern auch, ja, bei der wunderbaren Veranstaltung mit Bulbo Family gewesen, ja, jeder, der bei Instagram mir folgt, hat ein bisschen, ein bisschen was gesehen, ja? War toll, war toll, ein ganz toller Abend, erst mal mit Türstehren und Problemen gehabt, aber dann kam er rein, ja? Ich hab das geregelt, ich hab das geregelt, ja? Nichtsdestotrotz möchte ich heute, ja, weil wir doch Länderspielpause haben, ja? Und wer braucht diese Länderspielpause? Kein Mensch braucht diese Länderspielpause, ja, wirklich, also, diese, ich hab das Spiel nicht gesehen mit Deutschland gegen Spanien und heute oder jetzt irgendwann spielen wir doch gegen Brasilien, ja? Ey, wer braucht dieses, diese qualvolle 1-1, ja, was ich da gelesen hab, weil Deutschland sich da hingequält zu einem 1-1, ja? Braucht kein Mensch, ja, wirklich nicht, ja? Ähm, nichtdestotrotz, und wenn schon, und wenn schon, ja, dann sollen die Nationalspieler schön unter sich der im Sandkasten, äh, Freundschaftsspiele austragen. Und die Bundesliga kann weitergehen, ja, die Kader der Bundesligisten sind breit genug, dass die mal halt, ja, dann spielen halt bei Bayern eine dritte Mannschaft, wenn alle Nationalspieler wechseln. Pech, für die, ja, so, ganz einfach, ja? So, nichtdestotrotz dachte ich mir, ey, das darf nicht sein, äh, Gott sei Dank hab ich jetzt, äh, weil ich so viel zu tun hatte, nicht realisiert, dass es keine Bundesliga ist, aber, äh, keine Bundesliga ist scheiße, liebe Leute, ja? Deswegen dachte ich, komm, reden wir auch mal heute über Eintracht, weil, ähm, ich muss zugeben, dass ich, ähm, mit vielen Leuten darüber spreche, von jung bis alt, ja? So, die Jüngsten sind zwölf, die Ältesten sind, gehen auf die 70 zu, mit denen ich tagtäglich, äh, nicht tagtäglich habe, oft genug darüber spreche, äh, ja, was Eintracht für eine starke Saison spielt und wohin die Reise geht, liebe Leute, ja? Ja, weil, ähm, ja, ich muss, äh, ich gebe auch offen zu, dass ich, äh, es vergeht kein Tag, an dem ich mich nicht zu Bett lege, mein Handy rauspacke und mindestens nochmal 20 Minuten einfach, äh, jeden Tag die Kickertabelle aufmache und einfach träume und, äh, und, äh, so, was weiß ich, jeden scheiß Artikel lese, ich beeintrachte und so denke, oh, es wäre doch so schön und hin und her und so, ja? Ja, und dann dachte ich mir, hey, labern wir doch jetzt einfach mal darüber, ja, was, äh, wohin die Reise geht, mal für Eintracht Frankfurt in die Saison, was möglich ist, was nicht möglich ist, äh, ist, meiner Meinung nach, eurer Meinung nach, ja? Und dann will ich auch von euch wissen, was ihr so denkt, weil das ist jetzt so eine Sache, ey, da kann jeder seinen Senf dazugeben und, ähm, ja, liebe Leute, dann, was, was soll ich euch sagen, ja? Also, wir sind nach 27 Spieltagen Platz 4 in der Liga, ja, ich habe hier die Kickerseite offen und so, ähm. Ähm, ja, ihr wisst, aller Voraussicht nach wird sich Platz 7 dieses Jahr für, äh, die Euroleague qualifizieren und, äh, Platz 4 reicht, äh, als direkter Startplatz für die Champions League. Nun gibt es ja, äh, nun können wir, äh, ja, glücklicherweise einen Abstiegskampf zum jetzigen Zeitpunkt ausschließen, ja? Ja, ich meine, hey, wir sind in die Saison gestartet, das war ja das erste primäre Ziel, ja? Das, äh, ist schon das längere, eigentlich seit dem, ich weiß nicht, ersten, zweiten Spieltag, ja, keine, keine große Sache bei uns, ja? So, nun haben wir drei Optionen, wie die Saison aus, äh, gehen kann für Eintracht Frankfurt, ja? Ähm, es kann eine Saison werden mit einem, ja, also ich sag mal so, einstelliger Tabellenplatz, wer mal ist. Nein, nein, will ich gar nicht sagen, weil ich sehe gerade hier, es ist, also, es, sagen wir es mal, wie es ist, ja? Es kann eine Saison enden ohne nationalen Wettbewerb, kann einfach kommen. Es ist, äh, ich weiß, kein Mensch hält das für möglich, aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen, äh, es ist alles möglich beim Fußball, ja? Ja, ich hätte auch niemals gedacht, äh, unter diesem Spaß, die Skibbe, ja, wie wir da siebter waren nach der Hinrunde und dann abgestiegen sind, die Rückrunde der Schande gespielt haben, ja, hätte ich niemals gedacht und ich hätte auch nicht gedacht, dass wir dritter oder vierter waren mit Kovac in der ersten Saison und dann in der Rückrunde, wobei ich ihm da jetzt keinen Vorwurf mache, es war einfach Verletzungspech und alles, und dann so eine Rückrunde spielen, ja? Und jetzt haben wir, Gott sei Dank, äh, eine, äh, ja, ja, ich will gar nicht sagen stabile Rückrunde gespielt. Wir haben eine solide bis sehr gute Rückrunde gespielt, ja, aber stabil ist anders, ja, weil wir da halt auch Spiele drin hatten, so, ja, Augsburg, Stuttgart, ich weiß nicht, bestimmt noch irgendwelche, ja, die dann so, oh, ja, so, aber gut, gut, nach jeder Niederlage kam ein Sieg, das ist auch eine, eine starke Sache, ja? So, nichtdestotrotz ist das eine Option, ja, dass wir da gar nichts erreichen im nationalen Wettbewerb, internationalen Wettbewerb, ja? Äh, zweite Option wäre, dass wir in die Euroleague kommen, was schon als sehr wahrscheinlich einzuschätzen ist, diese Saison, ja? So wie es aussieht, so wie wir spielen, ist auf jeden Fall, äh, meiner Meinung nach am wahrscheinlichsten, ja? Ja, aber nichtsdestotrotz kommt auch noch in Frage, ja, also man glaubt es ja kaum wirklich nicht, ja? Ich meine, man muss, also, ey, natürlich, ich bin der krasseste Eintracht-Patriot und hin und her und natürlich tippe ich jedes Spiel auf Eintracht und ohne Gegentor, alles sehr wunderbar, ja? Aber wenn wir ganz ehrlich sind, so, ja, Champions League, das wäre natürlich, ey, das ist unvorstellbar, ja? Ey, ich wünsche mir doch nichts anderes, Mann, das wäre doch der Traum, ja? Aber, ey, so realistisch, pfff, die Bayern sind durch, ja? Es sind drei Plätze zu vergeben. Schalke, Dortmund, Eintracht, Leverkusen, Leipzig. Werden sich um die Champions League streiten, ja? Ja, was weiß ich, mein Schalke, Dortmund, Leverkusen, Leipzig, das ist ja ein Eintracht, das ist immer schön, dass man in diesem, äh, Sammelsurium der, äh, Bundesliga-Aushängeschilder da auch vorkommt als Eintracht Frankfurt, ja? Und nicht, also nichts Unrecht, wir sind da absolut verdient, ja? Aber das wird schon hart, liebe Leute, hart, ja? Ja, äh, international, europäisch, könnten noch tatsächlich, wenn die eine kleine Serie hinlegen, Gladbach, äh, dabei sein, Stuttgart, leider Gottes, ja? Und Hoffenheim, wir haben eine sehr gute Chance noch da reinzurutschen, irgendwie, ja? Ja, es ist schwierig, schwierig, liebe Leute. Ich habe mir jetzt überlegt, also, was, meiner Meinung nach, ja? Also, natürlich will ich in die Champions League, ist ja wohl klar, ja? Ja, ähm, dass wir, dass wir gar nichts erreichen und dann sagen können, oh, wir haben aber eine solide Saison gespielt, hatten keinen Abstiegssorgen und dieses, bla, bla, ja? Oh, das wäre enttäuschend, das wäre enttäuschend, ich wüsste nicht, was ich dann tue, ja? Sage ich ganz ehrlich, ja? Dass das kommt, ich weiß nicht, 10% gebe ich dem Ganzen, ja? Ja, das ist, äh, 10%, das, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das noch passiert, ja? Dass wir europäisch spielen, dem Ganzen, gebe ich 70%, dass wir in die Champions League kommen, 20%, ich muss kurz nachrichten, ja? 20%, äh, wirklich, 20% gebe ich dem noch, weil, ähm, ja, es, äh, ich habe immer geguckt, ja, wir werden jetzt auch gleich mal die Spiele durchgehen, also, wer gegen wen und alles sowas, aber, ähm, ich meine, ey, bei Bayern, Schalke, Dortmund, äh, Leverkusen, Leipzig, da spielen einige von denen auch gegenseitig, gegeneinander, und, ähm, man muss auch leider sagen, dass die Eintracht das schwerste Programm von allen hat, ja? Von, äh, ey, Eintracht spielt noch gegen den Zweiten, gegen den Ersten, gegen den Fünften und gegen den Siebten, pff, ja, das ist schon hart, ja, aber, liebe Leute, Leverkusen hat auch ein hartes Programm, und Leipzig, müssen wir mal schauen, wenn wir die zwei Mannschaften ausschalten können, ja, oh, haben wir vielleicht noch eine Chance, haben wir vielleicht noch eine Chance, oder, oder stolpert Schalke, weil Schalke ist so eine Mannschaft, ey, ganz ehrlich, guck mal, Dortmund, die haben ihre, natürlich eine Seuchen, Saison, und hin und her, und, äh, mal so, mal so, aber, die haben, ähm, äh, äh, Qualität, ja, äh, Leverkusen hat auch schon gezeigt, was die können, Leipzig auch, eine schlechte Saison eigentlich, so, ja, aber die können auch was, ja, aber Schalke, ey, ich weiß nicht, wie die sich auf diesen zweiten Platz gemogelt haben, ohne Witz, ohne Witz, das, das, äh, das, äh, die müssen da abrutschen, Moment, Jörg, stopp, Moment, so, ja, also, wie gesagt, ähm, boah, das ist spannend, liebe Leute, und wir werden, wir haben sogar drei K.O.-Spiele, wir haben, es wird so krass, es wird so krass, ich hab das, glaub ich, gestern schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich mir das antun kann, also, natürlich werde ich sie gucken, ich werde sie gucken müssen, aber, ey, ich glaube, jetzt mal ganz ehrlich, bis auf so diese Abstiegsspiele, ja, ich mein, das waren ja so die, die, ja, in den, in den Saisons, wo wir halt, äh, äh, gegen den Abstieg gespielt haben, und es so entscheidende Spiele gab, und das Relegationsspiel natürlich, also da, also, natürlich hab ich vor diesen Spielen gezittert, wie nix anderes, ja, aber, tief, tief in mir drinnen, ja, hab ich es einfach irgendwie gewusst, dass wir gegen Nürnberg das machen, ja, und, äh, auch so sonstige Sachen, nicht absteigen, was weiß ich, sowas, ja, aber das, hier, hab ich, ey, das ist für mich 50-50, ja, diese, ey, wir spielen Endspiel um Europa, gegen Hoffenheim, muss man einfach so sagen, ja, und wir spielen zwei Endspiele um die Champions League mit Leverkusen und Schalke, ja, das, äh, boah, das ist nix von meinen Nerven, liebe Leute, aber, gucken wir uns jetzt mal an, ja, was hier geht, also, ich, ich hab hier, was hab ich hier, ich hab hier die Shotliste von meinem Abschlussfilm für die Uni, ja, scheiß auf die, ja, so, jetzt schreiben wir uns mal auf, hier, ja, was so geht, Alter, ich mach das jetzt live, ich hab auch nix vorbereitet, ich, äh, ich bin viel zu faul für sowas, ja, aber ist mir egal, es ist Sonntag, wenn das Video rauskommt, dann muss man was zu gucken, halt, ja, so, also, Bayern sind durch, ja, also, Schalke hat 49 Punkte, Dortmund hat 48 Punkte, also, S04, BVB, SGE hat 45 Punkte, boah, wie mich das ärgert gegen Dortmund, diese, diese unnötige Scheiße, und was mich ärgert, Bayern, diese Schwanzlutscher, äh, muss man einfach so sagen, deutlich, deutlich, muss man das so sagen, weil die, weil die einfach den Wettbewerb verzerren gegen diese Scheiße gegen Leipzig, ja, die spielen auch noch gegen die anderen, ey, wenn die so einen Scheiß abziehen, ja, dann, äh, dann kriegen die Ärger, dann kriegen die Ärger mit mir, ja, dann glaubt es mir, so, äh, Bayern 04 hat 44 Punkte, und RB Leipzig, ey, habt ihr gehört, äh, Fabian hat ein wunderbares, äh, Traumtor, Freistoß direkt verwandelt, bei Mexiko, wunderbar, so muss das sein, so muss das sein, aber auch eine schlechte Nachricht, liebe Leute, ja, was hab ich heute gesehen, ja, Tuchel hat aller Voraussicht nach Bayern abgesagt, boah, ich habe so gehofft, ich habe so gehofft, dass Tuchel zu Bayern geht, nicht, weil mich Bayern interessiert, und nicht, weil mich Tuchel interessiert, einfach nur, damit dieses Gerücht, dass er so ein Pain in the S ist, wegen Kovac, dass, äh, ey, ich glaube Kovac, ja, dass er hier was aufbaut und will und sehr gerne in Frankfurt ist und den Verein liebt und Adler auf Lebenszeit ist, hin oder her, ja, aber, ey, der hat den Verein aus der Relegation geholt, ja, der hat den Verein aller Voraussicht nach in der zweiten Saison international geführt, ja, nach der nächsten Saison, also, dass er jetzt geht, kann ich mir nicht vorstellen, niemals geht er jetzt, das ist, das wird er uns nicht antun, aber nach der nächsten Saison, wo ich eigentlich sehr gerne möchte, dass er verlängert bei uns, ja, kann es sein, je nachdem, wie wir international abschneiden, dass er sagt, ey, das ist so wie Dirk Schuster, ey, der hat die aus der vierten Liga nach, nach der ersten Liga, diese Darmstädter da hochgebracht, ja, hat den Abstieg verhindert, in der ersten Saison, da hat sich auch gesagt, ey, mehr ist mit dieser Mannschaft nicht möglich, ich habe alles erreicht, was man realistisch mit der Mannschaft erreichen kann, so, nächste Herausforderung, gut, hat ja wunderbar geklappt bei ihm, ja, genau da, wo er aufgehört hat, nur noch tiefer, aber okay, ja, bei Kovac könnte es genauso sein, ja, das ist, er muss einfach ehrlich sein und seriös an die Sache rangehen, er hat Eintracht gerettet vom Abstieg, er hat die international geführt, wird wahrscheinlich das Maximum rausholen aus der nächsten Saison, natürlich hoffen wir auf den Champions League-Sieg, ja, aber wird er das Maximum rausholen und dann wird er halt gucken, wie das die nächste Saison aussieht, was für Möglichkeiten da sind und wenn man sich nicht radikal verbessern kann, ja, was auch einfach ein logischer Schritt sein müsste, dann kann ich mir vorstellen, dass ein ambitionierter Verein anklopft, ja, und dann wird es ernst, ja, deswegen habe ich gehofft, dass dieser Tuchel, der hingeht, ja, und Dortmund fuck mich auch ab, alle, dass die jetzt so dieses, dass der Stöger da weggeht, ist ja klar, aber ey, die sollen noch nicht Finger weggelassen von Kovac, und dann tut euch scheiße, ja, so, wollte ich schon mal gesagt haben, ja, nichtsdestotrotz, so, wir haben jetzt Punkte, also, wir gehen jetzt zum 28. Spieltag, ja, sieben Spiele sind noch zu vergeben, Hoffenheim, also, wir spielen international, wenn Hoffenheim, wir haben sechs Punkte Abstand vor Hoffenheim, und, äh, Hoffenheim darf einfach, also, punkten die noch, ja, Hoffenheim spielt gegen Köln, das wird ein schwieriges Spiel, ja, das wird ein schwieriges Spiel, weil Köln hat Blut gerochen, ja, die haben, äh, Leverkusen besiegt, wunderbar, danke Köln auch wirklich dafür, weil ich möchte nämlich nicht, dass Köln absteigt, weil ich mag Köln, äh, und dass sie Leverkusen besiegt haben, umso schöner, ja, ich möchte eigentlich, wenn es nach mir geht, Hamburg und Wolfsburg, ciao, ciao, bye, bye, und Mainz in die Relegation, und Mainz soll es schaffen, das, das würde mir gefallen, so, damit wir ein schönes Darby noch haben, nächstes Jahr, das würde mir gefallen, so, ja, aber, ähm, Köln soll das noch schaffen, und, äh, Wunder gibt es immer wieder, ja, nichtsdestotrotz, Hoffenheim, hm, ich kann mir vorstellen, dass Köln da was holt, ja, und, äh, wenn das so ist, und Hoffenheim nächstes Spiel, dann gegen Eintracht, boah, boah, ja, sagen wir es mal so, wenn Hoffenheim hier, wenn wir hier unentschieden spielen, ja, so, sind wir immer noch weit vor Hoffenheim, so, da spielt Hoffenheim gegen HSV, da wird sich das entscheiden, ja, ob der HSV zu dem Zeitpunkt schon abgestimmt, abgestiegen ist oder nicht, äh, gut, nicht wenige sagen, ja, dass Hoffenheim vor zwölf Spieltagen abgestiegen ist, ja, ähm, ich sag mal so, hier holt Hoffenheim drei Punkte, ja, ey, wenn wir als Eintracht gegen Hoffenheim verloren haben, zu dem Spieltag, an dem Spieltag, dann, wir spielen hier nämlich gegen Leverkusen, ja, 31. Spieltag spielt Hoffenheim in Leipzig, das ist wunderbar, da werden die nichts holen, weil Leipzig möchte ja auch, und die nehmen sich dann gegenseitig die Punkte weg, das ist toll, so, dann, äh, spielt Hoffenheim zu Hause gegen Hannover, da werden die was holen, liebe Leute, das heißt, ich plane schon mal mit zwei Siegen, für Hoffenheim mindestens, 33. Spieltag spielen die in Stuttgart, oh, Stuttgart ist auch ambitioniert, und hin und her mit dem Trainer, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Serie von Stuttgart hält, ja, ja, aber Stuttgart ist defensiv stark, ja, hier könnte auch ein Unentschieden rauskommen, ja, also zwei Siege sicher für Hoffenheim, und letzter Spieltag gegen Dortmund, safe, ja, also, im besten Fall für uns, holt Hoffenheim, ja, ich muss mir jetzt wieder hier auf den 29. und 28. Spieltag, im besten Fall holt Hoffenheim noch sechs Punkte, ja, und dann hat Hoffenheim, ja, würden nicht mehr an uns rankommen, und dann wäre es wunderbar, liebe Leute, ja, aber es ist so, naja, gucken wir jetzt erstmal weiter, jetzt geht es um die Champions League, ja, also wie gesagt, wenn Hoffenheim noch maximal sechs Punkte holt, dann schaffen wir es, aber das ist so viel Wenn und Abers, ja, so, gucken wir uns jetzt mal Leipzig-Leverkusen an, ja, so, und Dortmund und Schalke, gegen wen die spielen, also der nächste Spieltag, Schalke spielt gegen Freiburg, ah, das wären drei Punkte für Schalke, leider, leider, so, plus drei, so, ähm, Leverkusen spielt gegen Augsburg, poh, Augsburg kann für eine Überraschung sorgen, aber Leverkusen zu Hause, ich sag mal, ich sag mal ein Punkt, so ein Wunschdenken, ja, so, äh, Bayern, Dortmund, wuh, Bayern, Dortmund, Bayern wird, also ich meine ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die, ihr Schweine backen, ja, hört auf mit dieser Kacke, ja, und dann hat Dortmund null Punkte, so, das wird ganz toll, so, ja, dann, äh, wer fehlt noch? Ja, die SGE fehlt, die SGE spielt in Bremen, das wird ein schweres Spiel, aber es muss einfach ein Pflichtsieg sein, muss es einfach, ja, drei Punkte, so, und, äh, Leipzig spielt gegen Hannover, Leipzig kriegt drei Punkte, ja, so, gucken wir mal weiter jetzt, ähm, 29. Spieltag, oh, ich weiß nicht, wie lange schlabere ich mal kurz, stopp, Moment, läuft das, ja, okay, also, so, 29. Spieltag, ah, blablabababam, also, wer spielt, wer spielt, wo sind die? HSV, Schalke, ja, ciao HSV, alle, was soll ich da sagen, ne, scheiß, scheiß, Dreck, alle, Dortmund, Stuttgart, pff, pff, ne, das macht Dortmund, drei Punkte Dortmund, so, äh, SGE gegen, Hoffenheim, ganz ehrlich, natürlich werde ich von dem Spiel, alles auf SGE setzen, aber ein Punkt ist ja schon sehr zufrieden, wirklich. Leipzig-Leverkusen, das ist stark. Leipzig-Leverkusen, das ist stark, weil wir hier, weil wir hier wir sagen einfach unentschieden. 30. Spieltag, das wird krass. So, Leverkusen-Eintracht, zwei Endspiele hintereinander. Ey, ich sage euch eins, also wenn wir gegen Hoffenheim gewinnen sind mit Internationalen, wenn wir gegen Leverkusen gewinnen, haben wir echt eine starke Chance, haben wir echt eine starke Chance auf die Champions League, ja. Aber wir gehen jetzt einfach mal, jetzt nicht vom Best Case, aber auch nicht vom Worst Case aus, also sagen wir mal unentschieden, ja. Leverkusen kriegt eins und wir kriegen eins. Bayern-Gladbach, das ist ja egal, Schalke-Dortmund, oh, guck mal, Schalke-Dortmund. Schalke-Dortmund, ja. Schalke gewinnt das niemals. Wie gesagt, Schalke ist von allen Mannschaften, die da oben sind, ja, also ich finde das absurd, ich finde das schrecklich, wie die spielen, ja. Also, gut, eine Mannschaft ist nie unverdient da oben, aber ich finde das einfach nicht richtig, ja. Die gehören nicht da oben, da mit dieser Spielweise, ja. So, deswegen Schalke-Dortmund, sagen wir, äh, äh, ja, so ein Unentschieden. War das nicht in der Hinterrunde so ein krasses 4-4? Die Idioten, Dortmund 4-0 geführt, Versager. Das ist echt Versager. Wenn man 4-0-4 führt und dann 4-4 spielt, dann muss man sagen, Versager-Mannschaft, so. Also, eins für Schalke, eins für Dortmund. Was macht Leipzig? Leipzig ist in Bremen. Ja. Also, mein Gefühl sagt mir unentschieden, denn wir machen Worst-Case. Also, jetzt mal so für Leipzig, so. Okay, weiter geht's. 31. Spieltag. Mach-Hirn-Kicker. So. Leipzig-Hoffenheim. Boah. Schön. Hoffenheim aus dem Maul kriegen. Ja. Leipzig-Hoffenheim. Also, ich, äh, boah. Ja. Wir sagen mal, Leipzig gewinnt. Frankfurt-Hertha. Oh, Frankfurt. Du musst das gewinnen. Du musst das gewinnen gegen Hertha. Weil, ansonsten, wenn du das nicht gewinnst, auch noch zu Hause, wenn du das nicht gewinnst, dann, äh, ist ganz... Ich meine, Hertha ist so eine Mannschaft, ich weiß nicht, ich mag es nicht, gegen Hertha zu spielen. Irgendwie immer so Kackspiele gegen Hertha. Aber Eintracht, weil du das nicht gewinnst, Alter, dann rede ich eine Woche nicht mit dir. Ganz ehrlich. Ähm. Boah. Dortmund-Leverkusen. Jackpot. Ja. Jackpot. Dann sagen wir hier auch einfach mal 1-1. Ja. Wunderbar. Eins. Hab ich... Ey. Leverkusen gebe ich gerade vier Unentschieden hintereinander. Aber seht ihr, seht ihr? Leverkusen hat harte Spiele. Das ist mein, 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 äh, Joker. Mein Ass im Ärmel. Ja. So. Ey. Wer weiß, wer weiß. Leipzig-Hoffenheim hat mir gesagt, ja, haben wir gesagt. So. Oh, Schalke. Gegen den Spiel Schalke? In Köln. Ja. Drei Punkte für Schalke. So. 32. Spieltag. Ähm. Spiel gegen Bayern. Ja. Ich sag mal so. Bayern wird zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr, äh, wir haben, ich glaube, wir haben sogar eine sehr, sehr geile Woche, gegen Bayern zu spielen, weil Bayern wird lange Meister sein. Das heißt Bundesliga-Schongang, zweite Mannschaft und, und das sind glaube ich genau die, äh, Wochen vor und nach Champions League, wo die spielen und das bedeutet, die sind komplett auf Champions League fixiert, die interessiert es doch nicht, Eintracht Frankfurt hin und her, her. Wir werden Gas geben und, äh, also, ich sag mal jetzt, ich sag mal jetzt, wirklich so, Worst Case, Nullpunkte, aber, liebe Leute, aber, da ist was drin in dem Spiel, wenn es dann dazu kommt, ja. So, ähm, Schalke Gladbach. Boah. Ey, ich mach's jetzt mal ganz schlimm für Schalke, dass die gewinnen, ja, so. Leverkusen, Stuttgart, seht ihr mal, da ist nämlich auch so gegen Stuttgart, aber jetzt werde ich mal Leverkusen drei Punkte geben müssen, weil ich kann den nicht immer unentschieden geben, so. Mainz, Leipzig, ja. Boah, wenn ich das so sehe, ich mir ahne Böses. So, Bremen, Dortmund. Und, Alter, ich glaub, wir kommen nicht mal in die Euroleague, wenn ich mir das grad so angucke. So, verdammte Scheiße. Okay, warte, 33. Spieltag. So, Dortmund Mainz, ja, komm hier, Dortmund drei Punkte. Oh, Leute, das wird kritisch. Leipzig, Wolfsburg, Leipzig drei Punkte. Bremen, äh, Bremen, Leverkusen. Leverkusen drei Punkte. Boah. Frankfurt Haasau, ey, das muss, das muss. Eintracht, das anderes kommt mir nicht in die Tüte. So, Schalke, Augsburg. Hier, Schalke kann auch nicht jedes Spiel gewinnen, ja. In Augsburg gibt's einen unentschieden, äh, einen Punkt. So, muss man einfach, also, das ist einfach drin, so. Letzter Spieltag. Und jetzt, liebe Leute, jetzt. Wir werden ja dann gleich sehen, ob es wirklich zu diesem Endspiel um die Champions League kommt. Hoffenheim, Dortmund, das ist wunderbar, ja. Ähm, gut, Dortmund wird das machen. Nenne ich sogar einen Unentschieden. Scheiß drauf, wir machen jetzt mal für Dortmund, ja. Hertha, Leipzig, Gott, Leipzig, oh, scheiße, Leipzig, Mann. Ähm. Ich habe ja Leipzig jedes Spiel einen Sieg gegeben. Ja. Merke ich gerade, die kommen ja noch, die werden ja noch Meister. So, Leverkusen, Hannover, ja. Leverkusen macht das auch gegen Hannover, verdammte Kacke, ja. Ja, und wir gehen in Schalke. In Schalke. Wir spielen zweimal in Schalke. Boah, ein paar Karten und das. Ja, liebe Leute, das ist, ähm, das ist das Spiel. Das ist das Spiel, ja. Ich sage mal so. Schalke 0, wir 3. Und jetzt rechnen wir mal aus, liebe Leute, ja. Jetzt rechnen wir mal aus. Ich weiß nicht, wie lange ich lade, schon mal kurz. Stopp, Moment. So, ja, und jetzt rechnen wir mal aus. Also, Schalke. Kommt auf. 52, 55, 56, 59, 62, 63 Punkte. BVB kommt auf 51, 52, 53, 56, 59, 62 Punkte. Leverkusen kommt auf 45, 46, 47, 48, 51, 57 Punkte. Ich habe den viermal Unschied gegeben, ich weiß es nicht, ja. Aber die haben auch schwere Gegner. Leipzig kommt ja, jetzt ist es vorbei. Okay, 46, 47, 57, 50, 59, 62 Punkte. Und wir? 48, 49, 50, 52, 55. 55, 58 Punkte. Da wird es kein, da wird es kein, äh, ja. Da wird es kein Endspiel geben gegen Schalke. Da wird es kein Endspiel geben. Das heißt, das heißt, liebe Leute, wir müssen gegen, äh, also wenn wir gegen, äh, Hoffenheim gewinnen, sind wir bei 60 Punkten. Wenn wir gegen, was gegen Bayern holen. Wir müssen, wir müssen gegen Leverkusen und Hoffenheim gewinnen. Und Schalke. Nur so kommen wir in die Champions League, ja. Aber, laut meiner Rechnung sind wir vor Leverkusen. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall Euro League. Ja, liebe Leute. So, was soll ich euch sagen? Ja, das ist meine Rechnung. Natürlich wünsche ich mir die Champions League. Aber, ähm, ja. Ja, ich habe es mir gerade aufgeschrieben. Also, ignoriert das. So, ja. Und, äh, boah, Krise. Aber, naja, es gibt ja genug Leute, die auch sagen, so, ähm, Champions League wäre zu früh und sowas. Das ist der größte Bullshit. Was zu früh? Was zu früh, Champions League, ja. Es ist so, als ob ihr, äh, morgen, äh, Lotto spielt und dann sagt man, und ihr, äh, ihr gewinnt 30 Millionen, und dann sagt man euch, ey, es ist zu früh, 30 Millionen zu gewinnen, ja. Das, du wirst gar nicht mehr klarkommen danach, ja. Natürlich gibt es Menschen, die gar nicht mehr klarkommen, aber das ist einfach Bullshit, ja. Äh, auch zu sagen, eine Mannschaft, ähm, Champions League ist hin oder her, ich verstehe das nicht. So ein absoluter Bullshit, so, ja. Ähm, wir haben jetzt schon so einen breiten Kader, mit dem kannst du wirklich, äh, erstmal dieses drei, drei Wettbewerbe, Bullshit, ja. Ja, wenn, äh, im Pokal alle zwei Monate ein Spiel ist, das ist ein Witz, das ist ein Profi-Spotler, ey, beim Team Maiko, ja. So, dann haben wir, äh, haben wir Euroleague, Champions League, äh, oder Bundesliga, ja, Bundesliga immer. Und Champions League ist halt, äh, dann viel, auf jeden Fall, Euroleague ist dann auch viel, natürlich. Aber, ey, wir haben einen breiten Kader, ohne Witz, ja, werden uns noch krasser verstärken. Und, ähm, ey, Champions League, als ob wir nicht gerne diese 20, 25 Millionen Startgeld nehmen. Äh, pro, pro, Dings gibt's ja ja noch, äh, Geld pro Spiel, pro Punkte, hin oder her. Und dann, wir kommen halt in den schlechtesten Top, haben, kriegen dann die geilsten Spiele. Und, äh, alle halten uns für, äh, ja, Fallobst, werden direkt abgeschossen, so, ey, es kann doch nichts Besseres passieren, ja. Alle Mannschaften werden uns unterschätzen. Und ich sag euch, ich sag euch, wir werden gar nicht so schlecht abschneiden, wenn es so weit kommen sollte. Und selbst wenn, haben wir, ey, wird einfach das Ziel sein, wir kommen nicht mit drei brutal starken Mannschaften in eine Gruppe, ja. Ja, mit zwei wahrscheinlich sehr guten und da wird noch eine sein, die ähnlich ist, ja. Und dann wird das Ziel einfach sein, Dritter zu werden, um direkt in die Euroleague zu kommen. Und dann, in der Euroleague, ey, ganz ehrlich, in der Euroleague haben wir auf jeden Fall eine Chance, weit zu kommen. Ja, weil, äh, die Mannschaften, die Euroleague spielen, da gibt es vielleicht eine Handvoll Mannschaften, wo man sagen kann, okay, die können auch Champions League mitspielen, vielleicht jetzt nicht ganz weit oben mit, aber die können durchaus Champions League spielen. Es wird spannend, aber, äh, ey, dann nehmen wir halt die 30 Millionen aus der Champions League, äh, bam, direkt weiter Euroleague, ja. Aber das, äh, das wäre doch, das ist doch drin, also ich verstehe die Ideologie dahinter nicht, als ob wir dann so, als ob die Spieler dann so niedergeschlagen sind. Oh, wir haben gegen Real und Barcelona verloren oder, was weiß ich, gegen Chelsea und, äh, Man City oder Paris oder was weiß ich. Bullshit, man, für die Spieler wird das das Event des Jahrhunderts sein, so gegen die Mannschaften zu spielen und, äh, deswegen macht euch da mal gar keine Sorgen. Und wenn wir in die Euroleague kommen, ähm, ist es natürlich, also Champions League und, mal ganz zu schweigen davon, dass Eintracht Champions League spielt, liebe Leute, auf der ganzen Welt werden sich Eintracht zugucken und, äh, sagen, boah, wer ist diese geile Mannschaft und sowas, ja. Und, äh, wer ist dieser vierte geile offizielle Trainer von denen, was ist der, wer ist so ein Genie, werden die sagen, ja. So, und, äh, ja, Euroleague ist auch wunderbar, ja, ähm, das wohl realistischste Szenario von allen. Euroleague ist halt so, dass, äh, und ich sage es mal so, Champions League, wenn, wenn die Gruppenphase übersteht, wie, wie auch immer, ey, ganz ehrlich, schön, schön, ähm, gegen die starken Teams unentschieden, gegen die Schwachen, das Schwächere zweimal gewinnen, äh, irgendwie noch einen Punkt, äh, irgendeinen Sieg noch erkämpfen durch ein starkes Team und man kommt irgendwie weiter in die Gruppen, also aus der Gruppenphase raus, äh, dann bingt nochmal 25 Millionen, ja. Also, liebe Leute, so viel Geld haben wir, glaube ich, in den letzten, äh, zehn Jahren zusammen nicht verdient, so, auf, so, ja. Deswegen, ähm, das wäre wunderbar, plus das Prestige natürlich. Euroleague ist natürlich, äh, für Frankfurter Verhältnisse schon ein Traum, muss man einfach sagen. Ähm, was ich aber sehr, sehr schade finde, ehrlich gesagt, ist, dass, äh, in der Euroleague, ja, wenn man mal guckt, was wir so in der letzten Euroleague-Saison, die ja Gott sei Dank auch gar nicht mal so lange her ist, äh, so eingenommen haben, ja, dafür, dass wir eigentlich sehr gut dabei waren und ich bis heute nicht verstehe, wie wir gegen Porto rausliegen konnten, wir haben Porto, äh, wir haben erstmal die Euroleague dominiert und zerstört und vernichtet, ja. Und, äh, was wir da mit Bordeaux, äh, Maccabi, Tel Aviv, irgendwas war es noch, ja, scheiße, ah, dieses, äh, was war das, dieses, äh, Nikos, war das Nikos hier? Oder irgendeine, ich verwechsel diese ganze Mannschaft, was wir da mit denen gemacht haben, wunderbar, und dann Porto auch, Dings und dann, wie wir uns das eine Tor gefangen haben und dann durch zwei Unentschieden fliegen wir raus, das war, das habe ich bis heute nicht verstanden. Jedenfalls, wir haben dominiert, waren die beste Mannschaft im Turnier, ist ja, ja, klar, und, ähm, spielen so viel und wunderbar und hin und her und haben am Ende wirklich nur 14 Millionen oder sowas Umsatz gemacht und von diesem, äh, Abzug, Abzug, da, Abzug, ey, was blieb denn da? Wirklich, ein Witz, Witz, ja, also unter 5 Millionen ist da geblieben, wahrscheinlich, ja, weil, ich habe keine Ahnung, aber es ist ein Witz, was übrig geblieben ist. Ja, am Ende, am Ende des Wettbewerbs für uns, dass dann nur so viel übrig bleibt und die in der Champions League kriegen 25 Euro Startgeld, ja, da, irgendwas ist da nicht richtig. Natürlich ist die Champions League besser und soll mehr und sowas, aber die Relation stimmt nicht, dass du da bei Euroleague, der Gewinner von Euroleague, was kriegt der? Der kriegt irgendwie, äh, was, äh, ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber der kriegt so 15, 20 Millionen oder sowas, wenn er alle Spiele gewonnen hat plus Punktprämien und dieses ganze Jahr, 15, 20 Millionen, ja. Ja, und dafür gibt sich die Mannschaft den Stress, äh, quer durch Europa zu reisen und hin und her und die Belastung dazu und, äh, Reisestrapatzen und, äh, das, da ist irgendwas nicht im Gleichgewicht meiner Meinung nach. Ja, natürlich Prestige hin und her, auch die Europa League wird verfolgt und, äh, mehr TV-Geld, weil wir sind ja mehr dann in der Ausstrahlung und wir spielen unter der Woche und ganz Deutschland guckt Frankfurt zu und, äh, und, ähm, europaweit hin und her, ja, aber, ey, das Finanzielle stimmt einfach nicht, ganz ehrlich, muss man doch so sagen und da muss sich irgendwas ändern, weil ansonsten gibt es ja gar keinen Anreiz für so Mannschaften, ja, so kleinere Teams oder generell irgendwelche Teams, die es irgendwie mal schaffen, europäisch zu spielen, für die ist es echter Tod, so, weil, ey, die können durch das Geld ihren Kader ja gar nicht so krass aufstocken, äh, haben aber so eine krasse Belastung und, äh, verkacken dann die Bundesliga und hin oder her, so, ich würde mir dann so geben, ey, ganz ehrlich, vielleicht, ey, natürlich, ich will, dass wir international spielen, weil ich will einfach Eintracht sehen, aber so realistisch gesehen von der Mannschaft, die so, ey, ich brauch das nicht, ich geb den Platz ab, so sollen auch die anderen da reisen und für zwei Millionen mehr oder sowas, ja, und sich den ganzen Stress geben, so, also das ist ja einfach so und das ist, äh, meiner Meinung nach fehlt so der Ansporn für, für Mannschaften in ganz Europa, gut, für so kleine europäische Länder, für die ist es vielleicht, äh, krass, was die da einnehmen können, aber für so einen Bundesligisten, pfff, ja, ist nicht so attraktiv, muss man einfach sagen, ja, mhm, auch wenn das Prestige natürlich gut ist und besser ist und das ist immer natürlich besser, europäisch zu spielen anstatt nicht, aber finanziell, Belastung, da ist so ein Ungleichgewicht, ja, das ist scheiße, das wollte ich nochmal gesagt haben, ja, so, liebe Leute, ich weiß nicht, wie lange ich labere, bestimmt schon extrem lange, jetzt ist es einfach 6 Uhr, also 5 Uhr, ich fühle mich wie 5, ja, so, äh, naja, liebe Leute, das war jetzt einfach so meine Meinung, ich bin natürlich wieder voll krass, äh, ausgeschwiffen, sag ich mal ausgeschwiffen oder ausgeschweift, egal, ich hab einfach, äh, wieder zu lange scheiße gelabert, aber, es ist ein sehr interessantes Thema und ich, äh, gehe die ganze Zeit so Gedankenspiele rum und ich rede mit Leuten, ey, wo wird Eintracht landen hin und her, ich finde es voll spannend und ich weiß schon, dass ich diese 3 Endspiele gegen Hoffenheim, Schalke und, äh, Leverkusen, boah, boah, sag ich euch, boah, so, ich weiß jetzt schon, das wird nichts für meine Nerven, ne, ich werde sterben einfach, naja, aber, ey, ich wollte dennoch wissen, was ihr denkt und, äh, macht auch mal am besten vielleicht so prozentmäßig, wo denkt ihr, prozentmäßig Eintracht kein internationaler Platz, Eintracht Euroleague oder Eintracht, äh, Champions League, gibt den ganzen Prozente und schreibt vielleicht ein, zwei Sätze dazu, was ihr denkt, ähm, wo Eintracht, äh, reinkommt, weil das wird mich mal sehr interessieren und ich würde gerne mit euch darüber sprechen, so, weil, äh, ja, ich denke ja nichts anderes so nebenbei, unterbewusst, ja, ich will einfach nur noch, dass Eintracht jetzt, äh, Champions League kommt, ja, ich meine, ey, wir waren, wir waren bestimmt schon, äh, war, äh, seit Anfang der 90er nicht mehr, nicht mehr in der Nähe, am Ende der Saison in der Nähe von, von diesen Sphären, ja, da müssen wir was machen, liebe Leute, da müssen wir was machen, ja, in diesem Sinne, ach, scheiße, wie lange ich gelabert hab, egal, ich werd jetzt, äh, das hier beenden, machen, und dann, ich gönn mir noch ne Serie, dann geh ich spenden, also haut rein, ciao, ciao. Eintracht 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 Eintracht